genau ich habe das letzte mal aufgeraht und ich glaube ich würde mal hier ich rede mal mit ihm oh mann dieses müssele hatte ich ewig nicht mehr und die müssele nicht aha wieso nichts okay darf man mit ihm quatschen hallo ihr zwei könnt einfach nicht wegbleiben was ja leider wir suchen wieder nach tessa sie ist vor einer halben stunde gegangen oh Mist ähm weißt du ob sie bald zurückkommt ich weiß nicht ob sie zurückkommt niemand sagt mir irgendwas was ist mit tom beschäftigt er sitzt schon den ganzen tag im büro also wer weiß aber es ist tom also kann man ihn sicher unterbrechen es ist die na wie geht's gehst du einkaufen Der Unterton in dieser Frage, das ist... Ich weiß ja nicht, aber let's go. Du solltest deinen Einkauf jetzt beenden und weitergehen, Kumpel. Ja, das werde ich. Wir treten ein. Herr Löhle, können wir dich unterbrechen? Wir haben genug Unterschriften. Zumindest genug, um den Bau hinaus zu zögern und den nächsten Schritt zu planen. Planen wir doch ein Treffen mit der Alaska Wildlife Foundation. Die unterstützen uns vielleicht. Harold, ich muss Schluss machen. Sprechen wir bei unseren Treffen weiter. Ich werde wohl bald los können. Hallo, Tyler. Wie kann ich helfen? Ich stehe hier drüben. Schiet er ein bisschen, oder? Hey, ich hoffe, das passt euch gerade. Sag mal, ist Tessa heute hier? Sie musste wegen einer Familiensache weg. Aber kann ich denn nicht vielleicht behilflich sein? Ja. Vielleicht. Eigentlich. Ähm. Wir waren auf dem Polizeirevier und haben einen Blick in Mariannes Fallakte geworfen. Okay. Ähm. Direkt raus. Nun, Tessa hat Marianne im Jugendamt gemeldet. Weißt du davon? Flüchtig. Aber ich war nicht involviert. Ich hatte nicht wirklich was beizutragen. Und das wolltest du uns nicht sagen? Naja. Es kam ja nie wirklich einfach so zur Sprache. Und ich wollte kein Öl ins Feuer gießen. Hm. Und was war mit gestern, als wir im Laden direkt danach gefragt haben? Das war zwischen euch und Tessa. Ich halte mich aus Angelegenheiten anderer lieber raus. Aha. Warum kam Tessa in der Nacht aufs Polizeirevier? Sie hat euch zwei gesucht. Um zu sehen, ob es euch gut geht. Als sie hörte, was passiert ist, war sie fix und fertig. Wie hat sie so schnell davon erfahren? Hm. Ich weiß nicht mehr, wer angerufen hat. Du weißt, wie es ist. Nichts verbreitet sich schneller als Geheimnisse. Alle wussten es bereits fünf Minuten, nachdem Brown unterwegs war. Mhm. Na dann. Okay. Danke. Hör zu. Es tut mir leid, wenn... von den Leuten hier Widerstand kam. Das kann man sagen. Alisson, du weißt es besser als jeder andere. Der Tod eurer Mutter hat in der Gemeinde eine Narbe hinterlassen. Ich will nicht behaupten, wir hätten etwas Vergleichbares durchgemacht wie ihr. Aber es hat uns die Grenzen des Vertrauens aufgezeigt. Tja, wenn wir die Grenzen des Vertrauens überwinden wollen, müssen wir uns der Sache stellen. Und das bedeutet absolute Aufrichtigkeit. Wir alle suchen Frieden, Kinder. Aber manchen fällt es schwerer, über die Vergangenheit zu reden. Aber... Sagt einfach Bescheid. Die suchen auch ihren Frieden und das ist... Können sie den nicht... dürfen sie den nicht kriegen? Hey. Ja? Du hast mich gebeten, dich an dein Meeting zu erinnern. Also... Tu ich's. Ah... Ja. Ja. Ich mach mich gleich auf den Weg. Äh... Also... Kinder... War da... Äh... Sonst noch was, worüber ihr mit mir reden wolltet? Hast du hier Gerüchte über unsere Mutter gehört? Wie... Wer unser Vater sein könnte? Also... Ich bin jetzt keine Klatschtante. Eure Mutter stand ein paar Männern nahe. Aber ob einer davon euer Vater war, das weiß ich nicht. Dann hab ich so'n Verdacht. Hör zu. Ich... Oh je. Bitte. Äh... Entschuldigt mich. Ich muss jetzt echt los. Äh... Michael. Könntest du dich um den Lagerraum kümmern und den... Laden schließen? Ey. Kein Problem, Chef. Bis später. Wollt ihr beide mir vielleicht noch mal fragen? Kannst du mir vielleicht helfen und einen Nachmittag umsonst arbeiten? Warum nicht? Wir wollten ja mit Tessa reden und die ist nicht da. Ähm... Sie ist gerade auf dem Friedhof. Besucht ihre Eltern. Dann sollten wir vielleicht mal auf den Friedhof. Hey. Wisst ihr was? Warum helft ihr mir nicht beim Ladenschluss? Und dann fahren wir zusammen rüber. Oh. Auch ne Idee. Können wir nicht einfach hier auf sie warten? Ich... Ich muss da nicht unbedingt hingehen. Äh... Aus dem ist sie auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Super typen. Ich fange schon mal mit dem Lagerraum an. Ja. Kommst du danach? Sicher. Gib mir einen Moment. Wo kam die Frage über unseren Vater plötzlich her? Ich hab mich nur gefragt, wer er wohl ist? Und ob er irgendetwas weiß, das uns in dieser Sache weiterhilft. Warum? Er war nie für uns da. Außerdem meinte Marianne immer, wir hätten keinen Vater. Ihr Name war zwar Mary. Aber ich glaube nicht, dass sie der Typ für eine unbefleckte Empfängnis war. Hm. Äh... Hey. Der Plan scheint dich nicht so zu begeistern, was? Ja. Wie gesagt. Ich find's nicht so toll, zum Friedhof zu gehen. Tja. Ja. Alles klar. Sicher, dass es dir gut geht? Ja. Also geh schon. Mach ich ja schon. Okay. Na dann helf mal jemandem ein bisschen. Im Lager. Da hab ich schon gezählt. Aber du kannst noch ein paar Dinge für mich prüfen. Es ist nicht kompliziert. Das hab ich in der Tasche. Ach ja? Weil du so verdammt gut bist? Im Lager hab ich ja schon mal... Nicht in der Lager. Im Lager bei den Polizeiakten hab ich ja schon mal gearbeitet. Das war ja auch... War nur ein Witz. Wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Okay. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Geh ins Hinterzimmer und äh... Sag mir wie viele Dosen Tomatensauce von Molto Bene wir noch haben. Zu Befehl. Molto Bene. Im Hinterzimmer. Stuhl. Bist du schon müde? Natürlich nicht. Ein kleines Souvenir. Sammelgegenstand. Ist das ein Bild von einem Priester mit kleinen Herzen? Ja. Der hotte Priester, der Bethesda den Bibelkreis abhält. Für Protokoll. Das war Alistons Werk. Sie schwärmt schon ewig von ihm. Aber er ist sehr... sehr heiß. Alistons? Ja. Den kenn ich noch aus unserer Kindheit. Das ist Pater Batista. Ja. Er ist sehr gut gealtert, wie du siehst. Ja. Ja. Das seh ich. Er ist ein Priester. Ähm. Wie es aussieht, ein Katholischer. Das ist unheimlich. Aha. Bin mir nicht sicher aber. Das hatte ich mal auf einer Party. Das ging nicht gut aus. Oh, irgendwelche guten Geschichten? Ich meine, bestimmt. Aber nichts woran ich mich erinnere, ergibt Sinn. Also... Warum schaue ich mir das hier an? Keine Ahnung. Äh. Nein. Das ist es nicht. Wir sollen die... Soße... suchen. Ob ich was für Alistons mitnehmen soll? Was wohl in der Kiste ist? Hm. Okay. Wir können ins Hinterzimmer gehen und... Die Dosen. Ah. Molto Bene. Wir haben was doch. Warte. Lass mich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 12, 14. Es sind 14 Dosen Molto Bene Tomatensauce. Okay. Klingt gut. Mann. Ich kann so toll zählen. Das war einfach. Zähl bitte die Bleichmittelflaschen für mich. Bleichmittel. Bleichmittel. Äh. Äh. Und... Wo genau sind sie? Ich dachte du hättest das in der Tasche. Okay. Ich gebe dir einen Tipp. Tessa stellt die schweren Sachen an den Ausgaben. Auf das unterste Regal. Okay. Damit kann ich arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5 würde ich sagen. Fünf Flaschen? Siehste. Jetzt warst du übermütig. Weißt du doch gar nicht. Du kannst sie von dort überhaupt nicht sehen. Ich sag doch, ich war vorhin da drüben. Definitiv mehr Flaschen. Punkt für dich. Verdammt. Ja. Es sind wohl sechs. Mein Fehler. Äh. Und jetzt? Komm her und hilf mir damit. Was wohl in der Kiste ist? Warum müssen wir nachziehen, wenn er es eh weiß? Es ist ja irgendwie, wenn er weiß, dass es sechs sind und... Ja. Hey. Erinnerst du dich an die Werbung? Wie war der Slogan noch gleich? Hm. Irgendwas Poetisches über Zeitreisen und dass das Leben seltsam ist? Hm. Okay. Was ist? Ich brauche deine Meinung zu diesem Meisterwerk. Aha. Schauen wir mal. Soll das etwa ich sein? Ja. Komm schon. Sieh dir die Haare an. Volltreffer, hm? Ähm. Äh. Äh. Ja. Äh. Es könnte ein wenig überarbeitet werden. Haha. Autsch. Hey. Ich sagte ein wenig. Das heißt, es ist ganz gut. Mann. Da stecke ich mein Herzblut rein. Und das bekomme ich dafür? Ja. Kalt, Heiler. Eiskalt. Das hast du also getrieben, während ich deine Arbeit erledigt habe? Was soll ich sagen? Multitasking kann ich. Hey Multitasker. Ich glaube, hier hast du was falsch gemacht. Sollten insgesamt 36 sein. Och. Wie kannst du es wagen? Was? Ich will nicht, dass du Ärger kriegst. Ja, hast recht. Steh etwas neben mir. Ja. Kann ich sonst noch was tun? Yep. Noch eine letzte Sache. Wir können aus dieser Vorhölle entkommen. Dann los. Sag mir bitte, wie viele Stofftiere in der Kiste da drüben sind. Okay. Okay. Stofftiere in der Kiste. In dieser Kiste. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, mindestens elf. Es sind noch etwa elf in der Kiste. Habe ich mich verzählt? Michael? Ah, was zum Teufel? Hey, sorry. Das war einfach zu verlockend. Ähm. Regel Nummer eins in der uralten Kunst der Inventur. Klüftelmacht. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Der erste mit drei klaren Treffern gewinnt. Okay? Haha. Hab dich. Ha. Iga, komm. Zack. Verdammt. Oh, komm schon. Ist das alles, was du kannst, Ronan? Wart's nur ab. Ich habe einen Plan. Ach ja? Wir werden sehen. Na, wo ist er? Also. Mist, das war zu weit. Verdammt. Das ist also ein normaler Arbeitstag bei dir? Nee. Für gewöhnlich habe ich dabei keine so hübsche Begleitung. Oh. Will das den Flirt? Haha. Das werde ich Alison verraten. Ach. Sie sitzt meistens im Büro fest. Darüber hinaus ist deine Schwester hübsch, aber nicht mein Typ. Oh. Ähm. Mist, das war zu weit. Wieso? Was denn? Wir müssen die Deckung wechseln. Und wir werden damit wegkriegen. Boom. Sehr schön. Noch ein Treffer und du bist raus. Spüre meinen Zorn. Mann, bist du kitschig. Hey, ist es okay, das Spielzeug so herumzuschmeißen? Wollt ihr das nicht verkaufen? Nee. Der Lieferant hat sich bei Veki verschrieben. Das kauft keiner. Cool. Kein Leid, kein Geschrei. Na. Wo ist er? Fand. Haha. Hab dich. Was bist du? Oh. Haha. Mann, du bist gut. Ich habe gesagt, ich habe einen goldenen Arm. Aber daran werde ich jetzt nie wieder zweifeln. Okay. Ich muss noch schnell die Inventur abschließen. Deine Schwester ist sicher schon fertig. Hier. Ab in die Ludergrotte. Die was? So haben wir die Couch genannt, auf der Alison und ich in der Pause abhängen. Ah. Okay. Cool. Mal schauen, was ihr daraus gemacht habt. Ah. 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 Sehr schön. Oh, hey. Siehst du diesen Behälter? Eine kalte Pizza. Hä? Okay. Das ist die Forelle von gestern im Bussardloch. In meiner weltberühmten Marinade gegrillt. Na, da kann ich doch nicht nein sagen zu. Oh. Wow. Äh. Dankeschön. Weltberühmte Marinade, ja? Was ist drin? Ein Zauberer verrät nie seine Geheimnisse. Aha. Na dann. Nimm sie. Nimm, nimm, nimm. Warum? Es ist, haben wir die nicht. Ich würde gern... Nicht? Okay, scheinbar nicht. Können wir uns zu dir setzen? Ich dachte, du wolltest die Inventur fertig machen. Also, glaubst du, Tom hat das Zeug zum Bürgermeister von Delos Crossing? Ah, ich weiß nicht. Der Typ ist nett. Und auch nicht völlig inkompetent. Aber spielt keine Rolle. Eine Stimme für ihn ist eine Stimme für Tessa. Sie würde die Strippen ziehen. Oh, Mann. Tja. Du bist wohl nicht Tessas größter Fan. Jedes Mal, wenn ich Flyer für Queer-Events aufhänge, überklebt sie sie aus Versehen. Aha. Auch noch homophob, oder was? Muss ja nicht Invent heißen. Sorry. Muss nicht, muss nicht, muss nicht. Nee, oder? Hast du sie jemals darauf angesprochen? Nee. Ich zieh einfach den Kopf ein und zähle die Tage bis Juno. Mann, das muss hart sein. Das ist es. Aber hier draußen ist Überleben auch schon Widerstand. Was heißt du von Toms politischen Ideen? Er hat einige überraschend starke Positionen. Ja, wie diese Waffenverordnungen. Ich geb zu, ich bin beeindruckt, dass er sich hier draußen dafür einsetzt. Genau. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, wie ich mich deswegen fühle. Wirklich? Wirklich. Historisch betrachtet war es nie gut, wenn die Regierung meinen Leuten die Waffen weggenommen hat. Oh, ja. So habe ich das noch nie betrachtet. Mhm. Und ist der ein cooler Boss? Äh... Cool? Ich bin sicher, dieses Wort hat noch nie wer benutzt, um Türmatten Tom zu beschreiben. Aber er ist okay. Ich meine nicht der schlimmste, den ich je hatte. Okay. Und? Fertig. Ist das Chief Brown? Ja. Seid ihr verwandt, oder? Nee, aber im selben Clan. Mhm. Dass dich Tessa das hat aufhängen lassen. Ja, sie hasst es. Aber... Solange ich nicht meinen Lebensstil vor den Kunden bewerbe, hält sie... Mein Lebensstil? Nein. Es muss echt anstrengend sein, diese Leute tagtäglich aufzuklären. Meine Fresse. Das mach ich nicht. Den Horizont dieser Stadt zu erweitern, wäre ein Vollzeitjob. Und emotionale Arbeit wirft nichts ab. Tja. Fühlst du dich hier einsam in Dallas Crossing? Ja, manchmal. Deswegen bin ich immer in Juno, arbeite im JBG. Treffe neue Leute. Ich muss mich selbst um meinen Scheiß kümmern. Weil's sonst keiner macht. Klar. Das fühl ich. Wie dem auch sei. Wir flirten ja wohl jetzt nicht mit ihm. Ernsthaft? Dir gefällt Duplex Duo auch? Ja. Allison hat ihn mir gezeigt. Vor ein paar Minuten wollten wir seine Show an Juno sehen. Und? Was ist passiert? Äh... Hast Du je von Moonrocks gehört? Die haben wir uns vor der Show gegeben. Und das war's dann. Wir wussten nicht mehr wo oben oder unten ist. Nicht unsere beste Stunde. Ich muss schon sagen, es ist echt schräg den anderen Ronin zu treffen. Du meinst den OG Ronin? Ich wurde immerhin zuerst geboren. Ist das so? Allison meinte, sie war's. Tja... Meine Mutter hat's uns nie gesagt. Aber... Ich war's. Also... Warum ist das so komisch mich zu treffen? Naja... Allison hat mir deine Geschichte so oft erzählt. Sie hat mir alles über dich erzählt. Fireweed. Deine Transition. Ich hoffe natürlich, das war okay. Ja. Schon gut. Sie hat mich erst gefragt. Ja. Ergibt Sinn. Das Mädchen ist gründlich und sie liebt dich sehr. Wirklich. Ich weiß. Also... Ja... Äh... Neben Allison warst du wahrscheinlich der Erste, der es erfahren hat. Danke für dein Vertrauen. Und es ist toll dich endlich kennenzulernen. In echt. Du bist cool. Äh... Dankeschön. Das hast du nicht gesagt. Im Ernst. Ich bin froh, dass Allison dich hat. Du bist ein positiver Einfluss. Ganz sicher. Wir werden sie nicht auf ewig im QuickBooks versauern lassen. Ich hab das nicht nur so gesagt, als ich meinte, du sollst mit uns nach Juno ziehen. Ich... Weiß... Äh... Ich hab ne Community da. Könnte auch deine sein. Hm... Hm... Dazu passen. Das ist eine Idee. Du... hast keine Ahnung, wie gut einem so eine... Wunschfamilie tun kann. Sie haben mir... öfter Mut gemacht, als ich zählen kann. Versteh schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also... Kann ich dich etwas fragen? Na klar. Was? Warum willst du mich so sehr nach Juno bringen? Ah... Hör zu, wie gesagt. Ich will dich kennenlernen. Etwa, weil ich so faszinierend bin? Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Ja. Du scheinst mir echt einzigartig, Tyler Ronan. Ja. Ja. Also ich... Ich bin ja nicht sicher. Ich... 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 Ich weiß, dass die... Wissen tue ich es nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass... so ein bisschen so ein bisschen auf ihn steht. Und... Es ist halt seine Schwester. Und wenn er jetzt... Das tut so ein bisschen... Hm... Es ist so... Ich finde ihn ein bisschen schwierig, jetzt mit ihm zu flirten. So ein bisschen... Ah... Na ja... Wir wollen ja die Beziehung zwischen den Zwillingen und Zwillingen... Die... Die Geschwisterbeziehung stärken. Und wenn wir da jetzt... Und da jetzt mit ihm da das... Ah... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja... Ist schon... Ist schon... Hübsches Pärchen. Das ist... Kann man schon... Ich bin zwiegespalten. Ich... Ich weiß nicht. Ah... Das ist jetzt schon fast eine Entscheidung hier. Ah... Ja... Ich will ja irgendwie die beiden... Ver... 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 Wer ist das Wort? Und... Verknüpfen... So hieß es nicht. Aber... Das ist... Seine Schwester... Das ist... Alison... Und... Er... Ich weiß nicht. Ich weiß... Das ist ... Aber... Äh... Du suchst wahrscheinlich nach etwas... Das ich nicht bin. Zur Zeit. Scheiße, war das unangenehm? Nein, nein, alles okay. Keine Sorge. Ich bin gerade nur etwas durcheinander. Natürlich. Das verstehe ich. Tut mir leid. Es ist echt okay. Ich weiß dein Kompliment aber sehr zu schätzen. Oh, hey. Ich stehe seit einer Stunde am Tresen und warte auf euch zwei dummen Köpfe. Seid ihr bereit zu gehen? Ich denke, mehr Schaden können wir hier hinten nicht mehr anrichten. Ja, gehen wir. Ich werde es beruhigen, da die Beziehung nicht zusammengebracht zu haben. Aber ja, es ist halt... Ja, ich weiß nicht. Wie du meinst. Tessa sollte am Grab ihrer Eltern sein. Nicht weit weg vom Eingang. Sucht nach einem großen, krummen Baum. Unverfehlbar. Ich sehe dann mal nach meinem Onkel. Viel Glück. Im Ernst. Du wirkst ziemlich verschreckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Ich fand Friedhöfen eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin gerne auf Friedhöfen. Nicht nachts. Das ist schon ein bisschen... Also, wir haben ein bisschen zu viel. Aber okay. Ich wollte nicht nur Umschauen gehen. Sag mal, bist du hier zurückge... Es ist nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leuten und Mr. Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Äh, was? Na man tut. Was man sieht. Äh, ja. Äh, wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Oh, eine Einung. Wollen wir uns daran erinnern? Hier drin. Immer hier. Hat sie... Immer. Hat sie versucht. Hat uns geliebt? Sehr. Doch. Manchmal war es als Lidzi unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht. Die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Hat sie versucht, die Kinder irgendwie ein bisschen auf ihren eigenen Tod vorzubereiten? Also ein bisschen auf den Friedhof gehen, wo man keinen kennt. So ein bisschen. So viel Kind hier schweige ich hin. Das ist hier. Könnte ich dann da mal besuchen. Es ist makaber, aber... Ist egal. Hier muss Elison hin. Okay, hier ist der krumme Baum. Aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Mike könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe... Ja. Moment, ist das der Baum, der bei uns Schiefler Riese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht nahe zu Borkley? Das war passte Gelegenheit. Weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und mit CeeLo Green? Mensch, in meiner Erinnerung reichte er bis in den Himmel hängen auf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017